hallo taschenmesser freunde herzlich willkommen zum neuen video gestern wurde im shop von tfg so um die 10 great eastern cutlery 71 51 12 farmenfield bullnose verkauft in audi green und rot und heute kann ich euch hier noch mal ein schönes farmenfield bullnose vorstellen aber kein 51 71 51 12 sondern ein 51 71 51 18 in audi green leinen mikata also bei dem modell muss man das audi green wirklich erraten muss es vorher wissen denn unter den meisten lichtbedingungen wirkt es eher als eine dunkelbraunes leinen mikata als ein audi green ist es darstellen sollen manchmal je nach lichtverhältnisse kann man so ein oliv erahnen aber für mich unter realem licht ist das doch also ich glaube da könntest du 100 leute auf der straße fragen dann würden 99 davon sagen ah das ist ein ja wenn man weiß dass es olive green sein soll oder sowas ja kann man es erahnen für mich ist es eher ein braunes taschenmesser aber ich finde diese formen field bullnose modelle gehören für mich zu einem der schönsten und klassiker aus dem hause gc die form das natürlich schön glatt polierte line mikata ist wirklich toll drauf die wirklich durchaus praktische klinge mich erinnert die klingen form so ein bisschen auch an ich glaube die opinels haben doch auch so wo sie vielleicht von ein bisschen spitzer zu gelaufen aber hier auch diese geradlinie schneide dann hier dieser kräftige bauch der hier dann ganz knapp hoch geht ein sehr taugliche klingen form für den alltag schön schlank diese formen viel wie es schon immer schon der name schon sagt nein die sind für den bauernhof gemacht als werkzeug für den landwirt haben eine kräftige feder also da muss man keine angst haben dass eine sowas schnell auf die finger glaubt das ist schon wirklich hält bomben fest und was mir auch gewählt der griff hat eine gewisse stärke da sind richtig dicke mekata griff schon drauf dadurch hat man doch wirklich kein zu schmales heft in hand sondern schon richtig gutes kräftiges taschenmesser also mir gefallen diese modelle hervorragend gut diese formen fehlt hat auch einen schönen 90 grad sauberen klingen stopp ist hier auch sehr gut angebracht dass wenn man das zu macht noch zeit hat hier durch diese bremse sage ich mal noch mal die finger aus dem linken zu bekommen denn die dinger sind rasiermesser scharf also die rasieren wirklich dann poppen die haare nur so weg und ja darum ist gut wenn das hier noch mal bremst und du zeit hast schön zum umgreifen das beim zug klappen ihr seht schon das zieht hier echt kräftig die klinge wieder rein und hier braucht man auch wirklich die nagelrille und gesunden fingernagel sollte keine spröden fingernägel haben sonst brechen sie die ab denn das ist ganz kräftig beim rausziehen und wieder beim rein machen also güdi von poppel würde diese feder gefallen das ist wirklich das sind no sisi modelle also die sind richtig kräftig und erinnern mich sehr stark an der güdi seine taschenmesser sehr schön sehr schönes messer ihr seht es auch noch mal hier also das hier zieht hier elends rein man hat ja schöne messinger hülse kann man schönes länger durchziehen oder ein leder riemchen hat hier die noch die messingniete die hier als achse durch die feder geht und ein toll runter poliertes audi green linemikata ich sag mal so ein braunes linemikata mit einem ganz leichten olive anteil sehr schönes modell farm and field haben wir hier noch auf der klinge und hier geht ccam und ebenfalls hier 71 51 18 ja sehr schön wir machen ein kurzes schlussbild und dann stecken wir das messer wieder dahin wo es zukünftig seinen schönen platz haben wird nämlich in meinem gtfg edc wlt da passen die nämlich hier bombig rein und dann hast du hier ein richtig geiles idc set mit einem kräftigen slip joint idc von gt her die ganzen abkürzungen tfg edc wlt mit gt da drin ok freunde dann sage ich heute mal danke für sein zu bewerten kommentieren bis zum nächsten mal heute ein bisschen anderes ende steht diesmal leider nicht zum verkauf denn das habe ich mir mal ausnahmsweise schon gerne ich meine wenn man an der quelle sitzt muss man das auch einmal ausnutzen wenn man endlich mal das modell auf den tisch bekommt dass man schon ewig lange sucht und haben möchte also freunde sei hier schon mal sorry aber wir hatten gestern hier zehn stückte von online da haben noch die eine oder andere noch zu lang können da habe ich gedacht hier dieses modell aus der second hand kiste das kann ich mir aber keine sorge es geht ja weiter wir haben noch ein paar schöne gc ist für euch am start und die kommen dann eben auch allen auch in den shop bei tourzeit schon vorbei aber freunde schreibt nicht an wo das messer ist wenn ich wenn ihr es nicht seht oder findet dann ist es ganz einfach schon verkauft also die messer sind zwischen 60 sekunden und als mal so 15 minuten online länger sind die als nicht verfügbar ist die verkauft sind sind halt sehr beliebte inzwischen auch in deutschland beliebte sammlermodelle und die freunde das video ist ein bisschen länger geworden als geplant darum sage ich jetzt noch mal ciao bis zum nächsten video wir haben am besten gleich heute noch mal eins für euch nachschieben okay macht's gut bei bei